Willkommen zurück. Hä, was? Meins. Achso. Ich muss wieder Brot essen. Wie macht man dieses komische Papier, das du hast? Meinst du dieses... Meinst du das Striving Tool oder Papier? Papier. Dieses Papier sieht anders aus bei dir. Ah! Du meinst diese... Ah, du machst einfach... Du gehst einfach ins Taumonomikon und machst Links-Klick. Natürlich brauchst du Schreibfeder und Papier im Inventar. Ah, Papier. Genau, genau. Ich brauche Schreibfeder und Papier im Inventar. Okay. Hier, ich gebe dir... Warte, ich gebe dir Papier. Eins. Ah, Alter. Also, ich habe die ganze Zeit gewartet, bis ein Sugarcane wächst. Hier, ich gebe dir Sugarcane. Warte, ey, gib mir das Papier wieder. Da. Ein Papier brauche ich. Ein Papier brauchst du, okay. Warte. Ups, nein. So. Weil ich habe es, ähm, gerade links. Taumonomikon kann ich dann auch noch researchen. Uh, Taumonomikon gibt richtig viel. Jetzt noch. Kann man auch Anonomikon researchen? Muss man es auf den Boden holen oder was? Ja, ja. Generell, alles von Magie bringt richtig viel. Äh, Benni, droppe mal ein Taumonomikon. Hast du kaputt? Understand this, you need to study tools. Meinst du das da? Tumometer? Oho, das bringt viel. Droppst du auch? Ja, in der Tat. Ich verstehe schon richtig viel. Okay, kann ich nicht. Naja. Ja, ich will versuchen, das Bedrock unterm Dings zu erforschen. Wie kann ich Tools da liegen? Ich werfe einfach irgendein Tool auf den Boden. Holz Tools. Alter Bedrock gibt auch richtig viel. Komm mal her. Komm mal zum Transportbeekon. Ich habe hier so eine kleine Grube gemacht. Komm mal hier zum Transportbeekon und erforsche das Bedrock. Wie kann ich Tools? Geh mal da unten rein und research, ähm, Dings. Bedrock. Oh. Das ist geil. Geh mal raus. So, ich mach mir mal wieder ein bisschen Essen. Primitiv. Wie kann ich Tools an der, äh, verstehen, Benni? Sag mal. Warte, warte. Ich sag dir, ich sag dir, aus was das besteht. Instrumentum besteht aus Humanus und Ordo. Ähm, was, Humanus und was? Ordo. Ordo. Damit du ganz ordinär bist. Hast du es jetzt? Ja. Oh, das ist schlecht. To study things, you need to study things that are in trap. Was? Was, was willst du studien? Das Bett. Was? Das Bett? Uh, das ist richtig kompliziert, zeig ich dir. Ähm. Fürs Bett brauchst du Warterechts, sagst dir. Wo ist es? Wo ist es? Fabricio, Fabricio, das besteht aus Humanus und Instrumentum. Humanus und Instrumentum. Ja, danach machst du noch, äh, warte. Ich sag's dir gleich. Ersterbte. Äh, äh, warte. Winkulum, wohaus besteht Winkulum. Ähm, dann mach Motus mit Perdizio. Dann erhältst du Winkulum und dann solltest du es eigentlich erforschen können. Winkulum. Winkulum. Ich komm gleich. Winkulum. So did you? Oh! Was bin? So, was, was brauchst du jetzt? Ich researche so irgendwie alle Items, die ich hab, in meinem Inventar. Wollen wir mal schlafen? Warte, wenn ich fertig bin mit dem... Komm schlafen. Bitte. Okay, ich komme. Außerdem kannst du Papier auch researchen. Ich hab hier Papier researcht. Es bekommt ein Mann, bekommt ein Hirn davon. Ja, ja. Komm, rein. Pass. So. Was? Oh, Zuckerrohr. Noch mehr Papier. Ich möchte mal was ausprobieren. Ob man... Saving Sun. Oh, ich hab forbidden. ja ich habe eine neue sache mit dem sattel ok man kann research notes nicht dingsen willem komm mal kannst du mir helfen warte ich tue gerade alles was wir so er kommt trotzdem ich habe ich auch noch nicht promethen direkt kommen willem mehr beim research things aber mit diesen sachen habe ich schon ein paar sachen ja er woraus besteht das besteht aus also ist ja ja aber ich muss dann wieder zu biotum der omega damit sich wieder in sex kamen also ich würde ein vakuum machen bei dings bei präkant ich mache mal zu kognitio eine bindung ok ich habe kein äh aus luft ja aus ordo kannst du zum beispiel nein aus luft ordo ist nicht luft ich frage jetzt aus luft oder mutter bewegung ich hab ne idee ich auch ich versuch mal links zu verbinden doch 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 noch jetzt links luft in video aus fast besteht aus eule und was und dann besteht aus leben und wollt wo ist bei mir warte kurz warte ich verschiebe die luft ein bisschen so passt das ist jetzt meins okay ich hab was verboten ist gelernt mal schauen was es mir bringt so erstmal lesen okay you're even more efficient at performing research whenever you remove an aspect that you place in a hex there's a 50 person chance that you will gain the research part additionally there is a that you will gain the chance that whenever you place an aspect that you won't cause any research just that you're able to shift das müssen wir machen ah was welches ist das redwood wand core aha das ist auch so schlau weil dann hast du einen besseren zauberstab später was macht man überhaupt mit zauberstabe mit zauberstäbe kannst du später mit zauberstäbe kannst du später sachen craften denn du hast so eine kapazität von 25 jetzt da das war dumm doch mensch besteht aus kognizio und links man ich habe einfach zu wenig leben warte ich hole mir Tera Terra Terra TerraTerra Terra 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 Sr. Terra 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 wo es wasser bei mir so viel Blau ich weiß nicht wann wo wasser ist da ist Wasser ich hab so wenig Wasser Ja ich weis schon was wir machen sollen was kann man mit dem da machen nein nein also wollte besteht heute besteht aus perdition und luft warte ich hab ne idee gibt ab luften rechts davon von void jetzt noch mal void und dann haben wir es ich will nämlich jetzt squids farm wir brauchen jetzt wirklich mehr denn so kann es wirklich nicht weitergehen great word ist auch eine holzsorte von einem bestimmten baum luft 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 ich brauch luft ich brauch luft perfekt zwei in sex jetzt wieder luft holen ich fahr mal ein bisschen mehr squids damit wir auch mehr sachen später dann haben ich krieg schon wieder gleich der mensch also ich doch ein kleines 6 so so das ist so leicht manche sind wirklich sehr leicht was für ein das steht da beim dings beim taumonomikon ich bin gerade bei wenn du das erforscht wieder links kriegst coal gunpowder und blaze powder das kriegen wir doch nie hin schau mal was ich jetzt erforschen will schau mal auf welche richtung ich mich spezialisieren will ich mich morgen fokie ist dings feuer das ist so lächerlich ich habe schon ich habe dann war band ok das ist so lächerlich ja ja ich habe auch weil ich hab das und die monding dass es viel einfacher gemacht hat so tera want focus excavation so das ist schon ein bisschen komplizierter will dem kasseniert zu helfen ich mine gerade obsidian oh nein mein ingleves supra diamant wie kann ich obsidian bekommen gar nicht nein ich muss obsidian haben kriegst du aber nicht wozu mann und terra dingst ich will aber einen blaze powder haben kriegst du aber nicht zum monatsten mal Luft und Erde Erde ist gelb In der Lava William, kannst du hochkommen und mir helfen? Ich komme hoch, ich bin enttäuscht Ich von dir auch, aber Ich bin beleidigt von der Welt, dass ich kein Obsidian meinen kann Weil das Obsidian einen Supra-Diamant-Level-Spitzhacke braucht Und ich habe nur einen Diamant-Level-Spitzhacke Vor allem, ich sage immer Präkantio anstatt Präkantatio Ja, es ist Präkantatio Ja, aber ich sage immer Präkantio Also mal dir helfen Hey, was ist das Fragezeichen? Ähm, das ist Präkantatio mit Feuer Das ist die Hölle Oh, Infernus Das gehört zur verbotenen Magie Ja, was macht man? Ich würde mal hier so einen schönen Diamanten hinstellen Diamant besteht noch aus, was aus Dings? Ich weiß, ich weiß, ich weiß Pflanze, Pflanze, Pflanze Ah, perfekt Und da machst du noch mal Erde rein So, wie verbindet man das? Was kann man aus Feuer alles machen? Okay er hat ab 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 was wenn wir es andersrum nehmen was wenn wir hier wieder so so dann nehmen wir ordo und du hast das Leben unter ordo Leben unter ordo ist nix nix ach komm schon aber warte ich hab jetzt ne idee gib da ordo rein wo da da wo soll ich ja auf einmal ist es ja ja ich hab's gelöst hast du noch Papier für mich eins njam njam was hast du gerade researcht damit ich was anderes excavation ich brauch ein emerald dafür nein und nether quads ich researche zauberstäbchen du irgendwas anderes ok zauberstäbchen ich mach jetzt die wand foci darf ich advanced node tapping machen oder hast du das schon das das habe ich schon aber kannst du ruhig machen weil das auf der ersten seite diese basic information ist generell gut wenn wir beides haben warte gib mir gib mir das driving tool wieso gib mir das und Papier ich kann dir ich kann dir research duplizieren wenn wir es erforschen glaube ich darf ich zuerst meinen nein nein gibst mir zuerst bitte bitte Papier so sharing is caring nennt sich's da kannst du jetzt wenn du auf dem research node gehen gehst dann steht da research duplication wenn du auf dem research node gehst dann steht da research duplication das bedeutet glaube ich dass du es dann von mir kopieren kannst so langeweile is da womit wollen wir beginnen warte ich hab schon so eine idee ja ich hab sogar eine idee wirklich dann beginn so das ist so eine gute idee so so jetzt jetzt können wir mensch und hammer verbindet sich schau strange wisper's reveal secrets to you steht bei mir im chat ok das war krass ich glaub da will 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 was steht bei dir im chat bei mir nix bei mir steht strange wisper's reveal secrets to you das ist wahrscheinlich weil ich die verbotene magie angefangen habe ab 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 ab